Hallo Freunde, dieses Video über Stratera werde ich am meisten für die gesunden Personen machen, die möchten die kognitive Fähigkeiten verbessern. Außerdem behandelt der Werkstoff ADHS sehr gut. Also falls Sie möchten über Stratera im Kontext der medizinischen Anwendung wissen, wird dieses Video auch nützlich. Wir werden über Effekten und Auswirkungen sprechen, deren Wirkungswege analysieren und natürlich die Dasierungen, die Nebenwirkungen und die Verbindungen beachten. Stellen Sie sofort Like, wir beginnen. Der knifftes Werkstoff ist die erhöhte Sekretion von Noradrenalin. Der gleiche Botenstoff funktioniert im Kopf als auch im ganzen Körper. Bevor wir die Effekte analysieren, stellen Sie sich die Situation vor, wenn Sie von einem Hund gelauft haben oder mit einem gefährlichen Tipp im Aufzug gefahren müssen. Nach diesem Moment klopft das Herz wie ein Boombox und sind Sie extrem konzentriert. Biologisch bedingt bringt unser Körper uns in dieser Zustand, um mehr Chancen in stressiger Situation zu haben. Der Grund dafür ist Noradrenalin, der kann extrem schnell in weniger Sekunden freigesetzt werden. Daraus folgt der erste Effekt, der erhöhte Acetylcholin-Werte. Saterra hemmt selektiv die Wiederaufnahme von Noradrenalin aus dem synaptischen Spalt. Der Wirkmechanismus basiert sich in Synapsen. Und wenn die Rede über Noradrenalin-bedingte Konzentration geht, dann sind die Auswirkungen sehr stark. Beim Lernen oder anstrengende Arbeit ist der Werkstoff die beste Möglichkeit, hochkonzentriert zu sein. Was besonderes Vorteil hat, dass die Auswirkungen nicht vom Wirkstoff, sondern vom körperlichen Noradrenalin verursacht werden. Der erste Vorteil anbetrifft nicht nur Saterra, sondern auch zum Beispiel DMAA und Ritalin. Wie diese Drenatropics verbunden sind, werde ich weiter erzählen. Diese Studie zeigt die Erhöhung des Noradrenalinwertes auf 370%. Nicht schwach, oder? An dieser Grafik habe ich eine interessante Sache bemerkt. Die Mache der Effekte unterscheidet sich nicht, wenn man zum Beispiel 20 mg oder 80 mg einnimmt. Der Unterschied ist nur in der Länge der Auswirkungen zu bemerken, aber nicht so stark. Natürlich, die pharmazeutische Industrie möchte Ihnen immer mehr verkaufen. Kaufen Sie 50 mg Saterra? Nein, 80 mg! Nein, Triple Retard Version von Saterra mit 500 mg. Die letzte Aussage ist 40, aber der allgemeine Sinn klar ist, glaube ich. Also fließend gehen wir zu Dasierungen und die Standardisierung ist 20 mg, die beim Bedarf bis zu 80 mg erhocht werden kann. Ein wichtiger Moment ist, dass oft sogar 20 mg sehr stark wirken aus, besonders wenn wir über den Frauen oder über den gesunden Menschen im Allgemeinen sprechen. Also bitte beilen Sie sich nicht, die Desierung zu erholen. 10 mg oder 5 mg können auch gut funktionieren. Aus diesem Effekt folgt die Behandlung von ADHS und das ist verdammt logisch, weil bei der Aufmerksamkeit Defizit und Hyperaktivitätssteuerung die Konzentration fehlt. Aber in diesem Fall werden nur die Desierungen von 20 mg funktionieren. Für die Behandlung sind die Effekte ausreichend. Übrigens können Sie in jeder Quelle die positive Erfahrungsberichte finden. Am meisten sprechen die Patienten mit ADHS über Straterra wie über einen Game Changer, der ihr Leben verändert hat. Auf diese Frage kann der zweite Effekt antworten. Das ist die erhochte Sekretion von Dopamin, der Freude Neurotransmitter. Für Menschen mit ADHS bedeutet dieser Fakt die zweiseitige Behandlung. Für die gesunden Biohackers ist das erhochte Motivationsgefühl in der Verbindung mit der Stressresistenz. Außerdem wirken Dopamin und Nordrenalin synergetisch aus, also die Effekte in einer Verbindung werden besser als geteilt. In diesem Zusammenhang ist heutiger Werkstoff für die Produktivität, weil dafür man vereinfacht die Motivation, die Konzentration und die Stressresistenz braucht. Diese Studie berichtet darüber, ob ein Problem existiert. Dopamin wird nicht so signifikant erhocht, also hat man zwei Möglichkeiten. Erstens, Straterra in höhere Desierung zu ernehmen und zweitens, Straterra mit zum Beispiel L-Dopa zu verminden. In diesem Fall wird Dopamin aus L-Dopa synthetisiert und 20mg Straterra wird ausreichend. Der dritte Effekt spielt die wichtigste Rolle für uns und das ist die kognitive Verbesserung. Straterra hat die zweiseitige stimulierende Auswirkungen, die vom Nordrenalin kommen und selbst der Wirkstoff stimuliert. Noch dadurch kann die Intelligenz entwickelt werden, aber auch gibt die Erholung des Serotoninwertes. In dieser Studie waren drei Gruppen von Raten. Die erste Gruppe hat Straterra in normaler Desierung beginnt, die zweite hat ein anderer Serotonin in Gebieten bekommen und die dritte Gruppe ist Placebo. Und die erste Straterra-Gruppe hat die besten Ergebnisse gezeigt und war besonders interessant am effektivsten. Die Sache ist, dass in der Gruppe mit erhöhten Serotoninwerten die Verbesserung auch zu bemerken, aber die Raten haben sie nicht so ruhig und sozusagen effektiv verhalten. Ich verstehe, dass diese Studie schwer zu vorstellen, aber sagen wir mal, dass diese Raten unter ständigem Stress die Aufgaben lösen müsste. Dieses Stress braucht die Energie zu kämpfen, also die Raten mit Straterra viel leichter kämpfen können. Die vierte Wirkung ist unerwartet, mag ich sagen, aber klar für meine Abonnierten. Übrigens, abonnieren Sie, dein Kanal spezialisiert sich auf Biohacking und Natropika für die Entwicklung des Gehirns. Unser Zweck ist, die Intelligenz mittels des Natropikers zu entwickeln und keine Bewirkungen erhalten. Also der vierte Effekt ist die Bekämpfung der Demenz. Viele können die falsche Schlussfolgerung machen, dass die Bekämpfung von Demenz mit kognitiven Anstieg verbunden ist. Aber Moment mal, gibt es die offensichtlichste Auswirkung? Neuradrenalin pumpt das Blut im Gehirn, was zum besseren Akzidierung führt. Mit einfachen Worten atmen die Nervenzellen im Gehirn besser. Was bedeutet auch mehr Energie da? Laut dieser Studie sind die Verbesserungen beim Gedächtnis besonders zu bemerken, also im Gippocampus. Davon kommt die Frage, gibt es die Verbesserung beim Erwachsenen, Gesunden und Jungen? Ich werde ja sagen, aber natürlich in kleinerer Masse. Und der letzte Effekt passt besonders gut zu Menschen, die möchten bei der Einnahme von Natropika sich wie ein Raubtier fühlen. In dieser Studie hat man die Senkung der Reaktionszeit bemerkt. Ohne Witz ist das sehr gut für Sportler oder Biohackers, die müssen schnell und richtig die Entscheidungen treffen. Außerdem die neuronale Aktivität würde in irgendwelchen Bereichen des Gehirns auch verbessert. Die Desierungen und haben wir schon dieses Momentkurs gesprochen. Aber nochmal, falls sind für Sie die Neuradrenalin-Auswirkungen interessant, dann sogar 5 mg die Rolle spielen wird. Wenn die Wirkung als Arzneimittel oder als Antidepressivum oder für Dopamin oder Serotonin, wird die Desierung mindestens 20 mg sein. Jetzt können einige fragen, warum ratest du so hart nicht, die Desierung klein zu halten? Ist der Werkstoff toxisch oder was? Nein, das Problem ist viel einfacher. 30 Tableten 60 mg kosten etwa 60 Euro. Nicht schwach, oder? In diesem Zusammenhang bitte ich Ihnen ein paar Verbindungen, die helfen sparen. Erstens, noch 10 mg Straterra und 100 mg L-Dopa plus 100 mg 5-HTP. Ich werde sagen, dass diese Verbindung 40 mg Straterra entspricht, kostet aber 3 mal weniger. Die andere Möglichkeit zu sparen, ist der heutige Werkstoff Doritalin oder DEMA zu ersetzen, die etwa 3 mal billiger ist. Also, zum Beispiel 10 mg Straterra und 30 mg DMA werden 40 mg Straterra entsprechen. Die ultimative Losung ist 10 mg Straterra, 30 mg DMA oder Ritalin, 100 mg 5-HTP und 100 mg L-Dopa. Das wird 80 mg Straterra entsprechen und sehr signifikante Auswirkungen erzeugt. Das waren die Verbindungen zur Ersetzung, aber natürlich gibt es die Verbindungen zur Verbesserung. Zum Beispiel, wenn man in antipressiven bzw. angstlosenden Auswirkungen interessiert ist, dann alles, was Dopamin und Zerotanin erhocht, beschreiben sind. Das sind nicht nur L-Dopa, sondern auch Tirasin, Bakopa oder die leichten Stimulatoren wie Guarana oder Cufin. Nicht nur 5-HTP, sondern auch Tryptophan und so weiter. Letztlich kann der Werkstoff mit Ampakine verbunden werden, dann Straterra die Stimulation geben würde und die Ampakine die richtige kognitive Entwicklung fordern können. Wichtig, mit was Straterra nicht zu verbunden. Erstens, mit Stärkenstimulatoren. Zum Beispiel von der Reihe von Rezetamen wie Modephynil, Phenilperacetam. Gidrephenil steht auf der Grenze. Und zweitens, glaube ich, selbstverständlich, keine berühmten Stoffe wie Gaba und so weiter. Bilanz. Der Werkstoff ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Natürlich ist es möglich, eine rezeptfreie Version zu finden oder als Nahrungergänzungsmittel oder einfach so zu kaufen. Was richtig eine Probleme für viele ist, das ist die Kost. Die variiert von 50 Euro bis zu 200 Euro. Für Menschen mit ADHS existiert keine Probleme damit, dann Straterra die beste Möglichkeit für die Behandlung ist. Für alle anderen kann DMA oder Ritalin die ähnlichen Effekte geben. Darüber habe ich schon zwei Videos veröffentlicht. Die Desierungen variieren sich sehr breit, aber ohne medizinische Begründung nicht mehr als 80 Milligramm. Die möglichen Nebenwirkungen werden immer mit dem Neudrenalin verbunden, also Gewichtsverlust, Migräne, Schlafstörungen und aggressives Verhalten. Letzter Moment bemerken viele Biohackers als auch ADHS-Patienten. Also rate ich die Desierung signifikant zu verkleinern oder sehr nett sein. Die Auswirkungen nach der ersten Einnahme zu bemerken. Dann mache ich Schluss. Abonnieren Sie DLierte. Der Kanal spezialisiert sich auf Biohacking und Natropika für die Entwicklung der Intelligenz. Danke fürs Zuschauen, stellen Sie Like und bis bald.